herzlich willkommen zu einer neuen folge verordnet in diesem video werde ich euch die drei besten landing spots zeigen die es derzeit für solo duo und trios gibt wenn natürlich in zukunft keine weiteren solch videos mehr verpassen wollt lasst ihr gerne ein abo da außerdem schaut gerne vom sitchkanal vorbei und tragt natürlich auch gerne im item shop meinsteller code the aircraft ein und damit würde ich sagen beginnen wir direkt mal mit den ersten landing spots damals ersten spot einmal catty corner das ist der passivste spot von den drei sports ich euch zeigen werde dort landet meistens eigentlich so ein trio beziehungsweise in duos da meistens zwei duos manchmal ist aber auch so dass man wirklich kein gegner dort hat viel häufiger ist es eigentlich so dass oben bei der weather station die im süden von catty corner ist dass dort meistens ein bis zwei leute oder teams jemand landen und man meistens eben gegen die dann irgendwann fightet aber man feiert eben halt nicht unbedingt immer in 100 prozent aller games dort auf spawnen catty corner sollte man am besten auf dem hauptgebäude landen das heißt dort wo auch kit selbst spawnt und dann kann man sich immer je nachdem ob man solo duo oder trio ist dort irgendwie das ganze aufteilen dass man dort so schnell wie möglich alle kisten alle florida sponsern zusammelt man hat ordentlich von diesen gemüse boxen wodurch man immer relativ easy sowas die pilze finden kann wodurch man relativ schnell schild farmt und dann gibt es wie gesagt dort noch kit die steht eigentlich immer dort offen auf dem gelände rum dort wo immer wie gesagt dieses main building drauf ist und die spawnt auch nie irgendwo anders und dadurch kann man dann dort entweder einmal natürlich die waffen ganz normal upgraden man kann die chancen das heißt man bekommt dort eine epische ak raus und zusätzlich hat man noch zwei verschiedene challenges einmal kann man nämlich die challenge nehmen dass man metall fahren kann und dann noch dass man irgendwie küchen sachen so abbauen muss und so waschmaschinen alles abbauen muss diese etwas schwieriger nimmt eigentlich dort am besten immer die challenge wo er metall fahren ist das geht eigentlich immer relativ easy da müsst ihr nicht viel davon sammeln und habt dann relativ schnell die ein paar gold davon auch zusammen wenn dann auch die challenge macht habt ihr eigentlich mit dem gold plus 50 gold mit denen er in der runde startet habt ihr eigentlich schon die chance tatsächlich von einer blauen auf eine epische waffe abzugraben und von dort aus kann man eigentlich auch relativ easy weit rotieren das einzige wo man aufpassen muss ist natürlich dass neben lazy lake unten am fluss die io guard spawnen das heißt man sollte am besten über die berge richtung retail rotieren und meistens durch lazy lake durch zu rotieren ist nur etwas wenn man da will weil dort meistens halt auch gegner sind overall würde ich den spot tatsächlich auch am meisten für solo und du es empfehlen weil für trios teilweise relativ wenig loot dort an reinen kisten ist gerade wenn man contested ist kann es echt schwierig sein dort den ganzen loot zusammenzufahren wenn man da ein bisschen anlag hat ein paar kisten nicht gespawnt sind dann hat man am ende wirklich sehr schlechte chancen die fall die aufspawn fights dort zu gewinnen aber ansonsten auf jeden fall für solo und du und sehr sehr guter spot dann kommen wir auch schon direkt zum zweiten spot und zwar ist das dirty dogs und der spot ist wirklich extrem krass ist im prinzip wirklich mit dem loot mit dem man da rauskommt auf stark industries level man hat teilweise wirklich drei epische waffen und in dirty dogs würde ich euch empfehlen hinten auf der großen halle zu landen dort sind nämlich die meisten chests aus dem ganzen ort drin falls natürlich duo oder trio spielt müsst ihr euch da hinten über diese gruppe an häusern gebäuden die rundherum um diese große halle sind wir solltet ihr euch dort aufteilen und dort dann immer so viele kisten abdecken wie nur möglich in dieser großen halle befindet sich auch ries und bei ihr kann man ebenfalls natürlich die waffen upgraden und sie hat zusätzlich noch challenges und zwar immer eine bounty challenge und dann hat man entweder eine ammo box durchsuchen challenge oder man kann alternativ auch noch eine challenge haben wo man upgraden muss das heißt wenn man upgradet bekommt man eben halt 60 gold dafür dass man geupgradet hat wodurch man immer sozusagen viel upgrade von grün auf blau machen kann in beiden fällen sehr praktisch auch ammo boxes befinden sich direkt daneben kann man auch easy mitnehmen und selbst ohne die bounty quest kann man auch hier wieder auf eine epische waffe upgraden und zwar wenn man eben halt wie gesagt entweder die ammo box quest gemacht hat oder eben halt die quest gemacht hat wo man die waffe upgraden muss dann kann man noch in etwas kleinere halle gehen dort sind nämlich ganz ganz viele waschmaschinen drin und wenn man die abbaut bekommen jeweils eben halt immer gold raus und ich glaube davon stehen irgendwie so zehn stück drin wodurch man eben auch 50 gold oder noch mehr bekommen kann und da die eben halt auch zu 100 prozent immer da sind zu 100 prozent immer gold geben hat man im prinzip wirklich zu 100 prozent dieses gold daraus bringt natürlich im duo und im trio dann nicht mehr so viel weil man natürlich das gold da nur ein einmal aufsammeln kann aber falls dann immer gegner dort gelandet sind kann man wie gesagt ganz easy natürlich auch noch eine bounty quest machen und dadurch bekommen man natürlich auch noch mal zusätzlich gold meistens lander so zwei bis drei andere gegner und die kann man ihm halt in der regel relativ wie sie feiten vor allem wenn hinten die halle geclaimt hat hat man in der regel immer den besten loot und meistens feiten sich die anderen auch schon bevor man überhaupt da mit dem looten durch ist das heißt man kann easy rein third partieren und bekommt da easy kills und wenn man das gold dann vorne bau und hier auch noch hat dann kann man im prinzip wirklich komplett free upgraden zusätzlich dazu befindet sich im süden vorne dirty dogs ganz unten in dem einzelnen gebäude auch nochmal der brutus gehen und dort kann man ebenfalls nochmal seine waffen upgraden er hat eine epische waffe die verkauft für ich glaube irgendwas unter 100 gold meistens ist jemand random was für eine waffe drin ist und zusätzlich dazu hat er noch eine epische p90 die kann man natürlich auch dort easy nehmen er hat glaube ich auch eine ebenfalls eine quest wo man wo man eine waffe upgraden kann und dadurch gold bekommt und man kann bei ihm natürlich auch nochmal zusätzlich eine bounty machen und das gute an der dogs ist dort sind keine anderen großen städte in der nähe das heißt man kann im prinzip komplett easy wenn man vor allem im süden der stadt ist dort über den berg einmal rüber rotieren zum see dort ist eigentlich meistens niemand muss nur auffassen man nicht auf die io guards dort beim see trifft aber ansonsten ist eine absolute free rotation was man eher vermeiden sollte ist richtung norden zu gehen richtung steamy stacks dort trifft man meistens auch auf third party fights also diese region sollte man eher vermeiden aber wirklich da straight über den see rotiert dann hat man höchstens ein gegner der dort ist und den kann man easy fighten weil ein kein anderer stört und dadurch kommt der free rotation aber es landet wie gesagt ein paar mehr leute direkt early game dort ansonsten der dirty dogs aber auch schon generell sehr sehr viele kisten ich glaube es sogar die stadt die die meisten kisten zurzeit auf der ganzen karte hat das heißt man hat alleine ohne ohne das gold was man dort bekommen kann schon den besten loot und selbst wenn man da hinten auf der halle contested werden sollte hatten noch genug ausweichmöglichkeiten man kann sogar hinten angeln das heißt ganz decken games kann man auch noch mal runter zum wasser gehen dort müssen angeln lohnt sich aber in vielen runden nicht weil man immer lieber die zeit nutzen kann um ein bisschen gold zu fahren um metz dort direkt drin zu fahren und deshalb hat man in der regel nicht so viel zeit zum fischen aber gerade wenn die zone bei einem ist kann man eben auch nochmal zusätzlich fischen gehen der dritte und letzte gute spot ist dann misty meadows ebenfalls relativ gleich contested wie dirty dogs ich würde sogar sagen in teilen etwas mehr contested und etwas mehr 50 50 vor allen dingen da man eben halt nicht so viele kisten dort hat also es sind insgesamt etwas weniger kisten da bei wie gesagt relativ ähnlicher spielerzahl und man hat immer in den einzelnen häuser nicht ganz so viele kisten und nicht ganz viel loot wie immer in dirty dogs aber dort würde ich euch auf jeden fall empfehlen in dem haus zu landen was jetzt hier im hintergrund seht und dort befindet sich oben direkt eine kiste drin dort könnt ihr das haus einmal durch looten sollte dann am besten einmal nach süden ins haus weitergehen und könnt dort dann looten und meistens befindet sich dann auch direkt wenn du dort hingeht neben euch oder auf dem weg eben halt der der condor skin und dort könnt ihr ebenfalls schon eine bounty quest mitnehmen er hat außerdem auch noch für glaube ich 100 gold eine epische dragon breath shotgun das heißt falls ihr ein fan von der dragon breath shotgun seid dann könnt ihr dort immer die easy holen und müsst ihr mal gar nichts anderes machen außerdem hat er wie gesagt natürlich eine bounty quest die er auch easy machen könnt weil dort immer die gegner noch näher an euch dran sind das heißt ihr könnt im prinzip wirklich mehrmals diese bounty quest durchcyceln wenn ihr im duo trio seid könnt ihr eigentlich kann im prinzip einer mehr oder minder dort campen direkt bounty machen wenn er eine gegner gekillt wurde und dadurch könnt ihr immer locker wirklich 300 gold fahren allein wenn er ein duo killt und dazwischen dann immer noch mal darauf achtet dass er eine neue bounty nimmt habt ihr eben auch instant einfach 350 gold insgesamt schon in der runde gefahren und das geht wirklich super schnell dass man dort richtig viel gold hat man kann natürlich ebenfalls beim upgraden und dadurch hat man auf jeden fall relativ easy das gold zusammen außerdem ist oben an dem berg auch noch ein npc der eine sniper hat und eine sniper quest hat wo man eben halt damage mit der sniper machen muss und wenn man diese challenge annimmt dann kann man auch einfach den npc selbst anschließen und bekommt dadurch eben halt die quest beziehungsweise kann man ebenfalls genauso die io guards auch anschließen die neben misty meadows sind das ist auch eine sache wo er in missy meadows aufpassen sollte denn die io guards können einen immer relativ schnell abpacken deshalb geht auf jeden fall nicht unten hin zum wasser versuchte einfach wirklich diese region um die io guard zu vermeiden in der regel sollten ja auch nicht sehen fakten meistens dann eher nur die gegner ab und wenn er da wirklich ein bisschen aufpassen dann kommen die einen wirklich relativ wenig in die quere und dadurch hat man eigentlich auch relativ chillige fights und auch durch diesen split von missy meadows das so auf zwei seiten aufgeteilt ist habt ihr eigentlich relativ chillige fights auch auf der einen seite weil die gegner erstmal zeit brauchen um überhaupt zu euch zu kommen die dann eben halt auf der anderen seite sind außerdem können natürlich genauso gut auch die leute die über die brücke dort gehen richtig easy beam vor allen dingen in der mitte wo der reboot wenn es könne immer nichts bauen dadurch habt ihr immer wirklich noch mal deutlich mehr free kills wobei würde ich auf jeden fall sagen dass missy meadows und der aggressivste spot von den ganzen spots die ich euch jetzt gezeigt habe das heißt dort sollte man auf jeden fall sehr sehr gut im early game fighten sein aber in der regel hat man tatsächlich keine 50 50 fights also wenn man wirklich den spot gemastert hat dann kann man eigentlich relativ easy auch die ganzen kills holen und hat er jetzt nicht die allergrößten probleme egal aber bei welchen von den drei spots ich euch jetzt gezeigt habe ihr landet ihr werdet auf jeden fall immer extrem krassen loot bekommen wie gesagt ein bis drei epische waffen könnt ihr danach eigentlich safe haben also eine waffe habt ihr auf jeden fall immer safe bis zu drei waffen auch locker möglich und habt wirklich nachdem ihr diese spots gelootet habt wirklich ein gott loadout und im prinzip gibt es wirklich keine besseren spot zurzeit auf der karte und allein schon wenn ihr den loot habt werdet ihr es sehr sehr leicht haben im midgame und im endgame zu w und dadurch könnt ihr natürlich auch sehr sehr easy mehr punkte in tournaments holen ich hoffe euch hat dieses video auf jeden fall gefallen schreibt mir gerne natürlich wie immer feedback in die kommentare und dann bis zum nächsten video ciao